Was für ein Start in die Woche, die Indizes tapfer unterwegs. Wir sehen das hier, der S&P 500 in einer wunderschönen Aufwärtsbewegung und zwar sehr deutlich, sehr stark nach oben und manifestiert damit vorläufig das bullische Bild. Wir haben ja hier im Kleinen schon mal so ein bisschen eine Vorlage bekommen im Sinne einer steilen Aufwärtsbewegung, einer wackeligen Abwärts und einer Fortsetzung nach oben. Die ist gerne zumindest mal 1 zu 1. Jetzt können wir mal folgenden Ansatz wagen. Wir messen einfach mal diese erste Bewegung. Ich gehe mal hier auf 15 Minuten, dann ist es mit dem Zeichnen immer ein bisschen leichter, dass wir das Tief dann auch tatsächlich treffen. Das war der erste Schub der Bewegung, das hier hinten dran setzen. Und dann sehen wir, hier war schon die 1 zu 1. Die 1 zu 1 ist eine ganz typische Bewegung. Das ist das, was wir häufig als ein Mindestziel angeben, denn das kommt eigentlich in allen Fällen. Das kommt nämlich in der Variante A, wenn es nur eine A, B, C ist und anschließend der Kurs nach unten geht. Und das passiert natürlich in Variante B, dass wir einen Impuls nach oben haben, Schub runter, der nächste Impuls, der noch weiterläuft, später wieder eine Korrektur und so weiter. Das heißt, auch wenn wir noch nicht wissen, ob nachher dieses Bild oder dieses Bild hier existent ist, diese Marke, die wird halt sehr regelmäßig erreicht. Warum zeige ich euch das Ganze? Das ist natürlich ja schon Geschichte. Der Sinn dahinter steckt eigentlich darin, wir sind jetzt ja hier schon ein gutes Stück weiter gelaufen. Und je weiter wir von dieser Marke weglaufen, desto weniger realistisch wird dieses Bild. Warum ist das so relevant? Ja, dieses Bild würde eigentlich implizieren, dass der Kurs nicht nur dieses Stück nach unten läuft, sondern auch dieses hier und dann sogar noch mal ein gutes Stück weiter geht. Das heißt, dass wir dann auch im großen Bild noch mehr nach unten hätten, also diese Tiefmarke, diese Tiefmarke und sogar gegebenenfalls noch mehr, nämlich das hier noch mal nach unten projiziert, also noch mehr. Je weiter wir also steigen, desto weniger realistisch ist dieses Bild und desto schöner wird es wahrscheinlich sein, selbst wenn wir jetzt irgendwann mal eine Korrektur bekämen, dass die eher so einen Charakter hat, wie das, was wir hier vorne haben. Und wir anschließend ja sogar noch mal weiter nach oben gehen. Das heißt, der nächste Rücksetzer, der dann hier erfolgt, ist jetzt dann kein Drama, sondern ist eigentlich eher so die, was wir sagen, die vierte Welle, also sprich innerhalb dieser Bewegungsrichtung, die nächste Pause und es geht dann noch mal nach oben. Und das Schicke daran ist, dann sind wir ja wieder in der Trendrichtung nach oben unterwegs. Und selbst wenn dann eine etwas größere Korrektur dann wieder erscheinen würde, Stichwort 38 bis 61,8, wäre das alles kein Drama, sondern weiterhin nach oben. Wir haben also gute Voraussetzungen, beste Voraussetzungen eigentlich, dadurch, dass der Kurs jetzt hier schon so weit gestiegen ist, also schon bis zu 61,8, dass das wirklich auch ein bullisches Zeichen ist. Also für all diejenigen, die natürlich nachvollziehbarerweise sagen, ja, man sieht das dann immer erst im Nachhinein, ja, das stößt allerdings jetzt hier schon beide Türchen auf, sozusagen beide Türflügelchen auf, für die nächste Aufwärtsbewegung nach der nächsten, hoffentlich dann kleinen Korrektur. Wie groß ist so eine kleine Korrektur? Man kann sich ja ein bisschen an dieser hier orientieren. Ich kann noch nicht sagen, ob das das Hoch hier bleibt, aber wenn, nehmen wir mal an, das ist das Hoch, dann kann man natürlich sagen, hier, komm, das ist hier eine Abwärtsbewegung, die so groß war in etwa, und jetzt können wir sagen, nehmen wir mal an, es bliebe bei dem Hoch. Bitte, das ist jetzt keine Vorhersage, dass das das Hoch ist, aber nehmen wir mal an, es bliebe bei dem Hoch. Dann kann man sagen, eine ähnliche Größe wäre diese. Das heißt, solange wir Rücksetzer bekommen, die ähnlich groß ist, kann ein bisschen weniger sein, darf auch ein bisschen mehr, aber so im Umfeld dieser Bewegung haben wir eigentlich gute Voraussetzungen, dass das eben nur dann sowas wie die vierte Welle ist und anschließend der Kurs nochmal weiter nach oben. Das wäre ein Klassiker. Eine sogenannte No-Go-Linie wäre vorläufig, wenn diese Korrektur, die ich jetzt hier andeute, unter dieses Hoch hier gehen würde, bei 4.414 in etwa, das ist nicht so gut, denn das würde uns dann in eine Überlappung eben bringen. Also, gute Voraussetzungen, was den amerikanischen Markt angeht. Früher oder später wird dieser Rücksetzer erfolgen, ob das jetzt passiert oder ob der dann da ist oder da passiert, das weiß ich natürlich auch nicht, aber ihr habt jetzt so eine ungefähre Idee, wie man damit umgeht, wenn das erfolgt und es wirklich wackelig A, B, C oder mehrfach hin und her wackelnd ist, dann ist die beste Voraussetzung gegeben, anschließend sogar nochmal auf die Trendrichtung zu setzen und die ist ja nun mal aktuell stark nach oben. Der Nasdaq macht es ziemlich ähnlich, deshalb müssen wir den nicht genauso erklären. Das gleiche Prinzip auch hier mit der 1 zu 1 Bewegung, ihr seht, dass auch diese Bewegung, die wir hier vorne, ne, das ist völlig falsch, dass diese Bewegung, die wir hier vorne haben, hier hinten ja auf jeden Fall nochmal in gleicher Größe passiert ist, jetzt aber immer mehr steigt, also auch hier die Wahrscheinlichkeit, dass ein ähnlich großer Rücksetzer wie dieser hier eben die Fortsetzung nach oben mit sich bringt, gute Voraussetzungen, also auch an dieser Front und dann schließen wir das Ganze nochmal mit Rindau-Jones, da sieht es ebenfalls gut aus hier auf der Oberseite, denn das Bild scheint hier recht deutlicher zu sein, auch mit dem, was wir jetzt in den jüngsten Minuten hier gesehen haben. Der DAX ist ein bisschen anders erst unterwegs gewesen, da haben wir ja sogar eine Möglichkeit hier für den Weg nach unten gesehen. Guckt euch das ruhig mal an im Trade des Tages, da haben wir etwas vorgestellt dazu, das sieht so aus, als ob das auf der Abwärtsseite nicht aufgehen sollte, sondern nachher dann auf der Aufwärtsseite, deshalb ist es gut, manchmal zwei Varianten parat zu haben, dann kann sich der Markt die schönere aussuchen, manchmal kommt man rein in die eine, ach, dann läuft es erst in den Stop, aber die andere Seite bringt dann mehr Gewinn, als das andere Verlust gebracht hat. Das ist so eine Möglichkeit, wie man damit umgehen kann, ob es die beste ist, das weiß ich auch nicht, aber zumindest mal eine, die ganz gut funktioniert, sodass wir damit nicht ganz unglücklich sind. Wollen wir also mal gucken, ob der DAX nach dieser kleinen Schlappe, die er jetzt hier auf der Abwärtsseite hat, jetzt vielleicht dann doch die Aufwärtsrichtung dann wieder aufnimmt und dann mit den amerikanischen Märkten dann entsprechend mitgeht. Soweit das dazu. Mehr will ich an dieser Stelle jetzt gar nicht sagen, sonst wird dieses Video wieder so ellenlang. Trotz alledem, für all diejenigen, die noch mehr sehen wollen, ich werde gleich über Born for Trading noch das eine oder andere senden. Ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal einen wunderbaren Tag. Wir sehen uns in Bälde wieder. Bis zum nächsten Beitrag. Macht's gut.